Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um den Untergang des Herzogtums Burgunds. Das ist der erste von zwei Teilen. Ich war gerade in der Schweiz, habe viele, viele Museen besucht und ein Oberthema war dabei die Burgunderbeute und um die wird es im nächsten Teil gehen, der am Sonntag erscheint. Da wird es auch ein bisschen um die Museen gehen, aber vor allem um diesen interessanten Komplex der Burgunderbeute. Wie die zustande kommt, klären wir heute, denn heute geht es tatsächlich um den Untergang des Herzogtums Burgunds. So in relativ wenigen Jahren wird Burgund geschlagen und verschwindet von der Bildfläche, jedenfalls in der Form, die es vorher gegeben hat. Und wie das Ganze passiert, was da die Hintergründe sind, darum geht es eben heute. Und am Sonntag geht es im zweiten Teil um die Burgunderbeute. Was ist mit der geschehen? Wir müssen uns das vorstellen und vor allen Dingen, warum ist die wichtig für das Entstehen der Schweiz? Ganz spannendes Thema. Also schaut am Sonntag unbedingt mal rein. Das ist kein normales Museumsvideo, sondern es ist ein bisschen tiefer geht. Heute stelle ich mal nicht ein Buch vor, ich stelle zwei Bücher vor. Nämlich erstmal eine Neuerscheinung, gerade erst erschienen. Ich habe es selbst noch gar nicht hier, obwohl ich eins zugesagt bekommen habe. Die Goldene Bulle von 1356. Ein monumentales Werk. Die Goldene Bulle ist darin abgedruckt. Also ähnlich wie beim Hausbuch findet man da ein Teilfaximilet drin. Sehr schöne Wiedergabe. Aber es gibt eben auch Einordnung des Ganzen. Worum geht es darin? Wie ist sie zustande gekommen? Die Goldene Bulle ist quasi das Grundgesetz, die Verfassung des Heiligen Römischen Reiches bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches. Also durchaus ein sehr, sehr wichtiges Werk. Und hier hat die WBG mal wieder ein richtiges Prachtbüchlein rausgebracht. Also werde ich ein eigenes Video zu machen, wird es noch was zu geben. Verlosen werde ich das allerdings nicht, da es wirklich zu neu ist. Stattdessen gibt es den Katalog, die Habsburger im Mittelalter hat. Auch was mit dem Thema heute zu tun, werdet ihr sehen. Und von diesem Katalog werde ich zwei Stück verlosen. Also ihr kennt das Spiel, wer es haben will, schreibt es in die Kommentare. 1363 wird Philipp der Kühne nach seiner Rückkehr aus der englischen Gefangenschaft von seinem Vater Johann dem Guten mit dem französischen Herzogtum Burgund belehnt. Gleichzeitig erhält er von seinem Onkel Kaiser Karl IV. die Freigrafschaft Burgund. Damit entsteht ein neues Gebilde, ein Staat, der auf dem wie zweier Reiche liegt und zwei Herren lehnstreu schuldet. Die familiären Verbindungen zum König von Frankreich kühlen sich deutlich ab und über die nächsten Jahrzehnte gibt es da kriegerische Auseinandersetzungen. Habe ich letztens was bei den Mordfällen drüber gemacht, erinnert euch vielleicht. Der Urenkel von Philipp dem Kühnen, Karl der Kühne, 1433 geboren, übernimmt dann bei seiner Erbschaft einen Verband aus den Herzogtümern Burgund, Luxemburg, Brabant, Niederlothringen und Limburg. Der Freigrafschaft Burgund, der Markgrafschaft Namur, den Grafschaften Flandern, Holland, Friesland, Attois, Bologna, Hennigau, Seeland, Charolais, Osser und einigen anderen Grafschaften und Gebieten. Dazu erwirbt er noch weitere Gebiete, teils fest, wie zum Beispiel das Herzogtum Geldern, teils durch Pfandschaft oder er hat es indirekt unter Kontrolle, zum Beispiel indem er Bischöfe einsetzt, mit denen er verbunden ist oder indem er Burgundliche Bischöfe einsetzt. Also er schafft es, ein durchaus großes Gebiet unter seine Kontrolle zu kriegen. Hier haben wir das mal als Karte, alles was so braun-orange ist, ist Burgundliches Kernland. Die anderen Gebiete sind entweder Gebiete, die er erwirbt oder für Familienmitglieder erwirbt oder die er teils unter Kontrolle hat. Und in der Mitte sehen wir dieser rötliche Bereich, das ist nicht direkt unter seiner Kontrolle, das hat er durch Pfand oder durch Besetzung kontrolliert. Aber im Großen und Ganzen hat er zwei große Gebiete, die miteinander nicht verbunden sind. Und das ist eines seiner großen Probleme. Als Flächenstaat ist das einer der reichsten und mächtigsten Staaten im damaligen Europa. Die Trennung ist ein Problem, das eben keine Verbindung besteht, aber mit Flandern und Brabant besitzt Burgund die reichsten Regionen Nordeuropas und die Steuereinnahmen Burgunds übersteigen die des Heiligen Römischen Reiches bei weitem. Die westlichen Gebiete sind nominell Lehen der französischen Krone, auch wenn das seit dem Vertrag von Arras 1435 nur noch ein nominale Anspruch ist. Der Osten gehört zum Heiligen Römischen Reich, dem Burgund aber den Lehnseid ebenfalls verweigert. 1465 übergibt Philipp der Gute die Amtsgeschäfte an Karl den Kühnen. Hier haben wir nochmal Philipp den Guten. Und hier haben wir Karl den Kühnen, noch nicht als Herzog, sondern noch als Graf von Charolais. Er trägt hier die Kette vom goldenen Fleece. Das ist ganz lustig, weil eigentlich müsste er bei so einem Anlass die große Kette tragen. Er trägt nur die kleine. Es gibt ein paar Kunsthistoriker, die sehen dieses Bild als eine Art Widerstand gegen seinen Vater. Aber wie gesagt, sein Vater übergibt die Amtsgeschäfte. Der findet vor allen Dingen Ludwig XI. von Frankreich einen wirklich ausdauernden Gegner. Den werden wir immer wieder am Rand sehen. Er wird nie in dieser Geschichte der Hauptakteur sein. Ganz zum Schluss ein bisschen. Aber eigentlich hat er immer seine Finger mit im Spiel. Der Ludwig XI. war zeitweise Flüchtling am Burgundischen Hof. Als er sich mit seinem Vater überworfen hatte, kannte Karl daher. Hat sich allerdings dann später als König gegen ihn gewandt. Und Karl muss mehrere Kriegssüge gegen Frankreich ausfechten. und verbündet sich sogar abermals mit England. Also burgundig englische Bündnisse haben wir immer wieder. In Burgund führt Karl die enorm luxuriöse Hofhaltung seines Vaters fort. Philipp der Gute war durchaus für einen hedonistischen Lebensstil bekannt. Hatte Liebschaften, hat großen Prunk gefeiert. Karl bleibt beim Prunk, hat es aber nicht so mit Liebschaften. Also da gibt es auch alle möglichen Gerüchte. Selbst seine diversen Ehen werden nur sporadisch vollzogen. Also er ist kaum mit seinen Frauen irgendwie am selben Ort. Aber der sonstige Luxus bleibt. Allein die Einkleidung seiner Höflinge für das Treffen mit dem Kaiser in Trier verschlingt fast 40.000 Pfund. Also zur Größenordnung davon kann man sich 100 Stadthäuser kaufen. Nur für die Kleidung seines Gefolges. Unter seinem Vater gibt es das berühmte Fasanenfest 1454 in Lille. Da ist Karl auch anwesend. Und aus den Erinnerungen dazu. Die zweite und längste Tafel zeigte vor allem eine riesige Pastete, in der 20 lebende Personen waren, die der Reihe nach auf verschiedene Instrumenten musizierten. Der zweite Tafelaufsatz war ein Schloss nach Art von Lusignan, auf dessen Hauptturm sich Melusine in Gestalt einer Schlange befand. Von den beiden kleineren Türmen sprang Orangenwasser in die umliegenden Gräben. Dann war auf einem Hügel eine Windmühle zu sehen, auf deren Dach eine Elster saß, nach der Leute aller Stände mit Bogen und Armbrüsten schossen. Weiterhin sah man auf einem Weinberg ein Fass, in dem es zweierlei Getränke gab, ein süßes und ein bitteres. Und darauf saß ein wohlgekleideter Mann mit einem Zettel in der Hand, auf dem geschrieben stand, wer davon will, der nehme. Die Art der Bewirtung und die Gerichte selbst waren unerwart prächtig. Da war jede Schüssel mit 48 verschiedenen Speisen versehen, und die Bratenbehälter bestanden aus mit Gold und Blau ausgeschlagenen Wagen. Zunächst der Tafel stand eine hohe Anrichte, die mit Gold und Silbergeschirr beladen war, dazwischen Kristallgefäße, die mit Gold und Edelsteinen besetzt waren. Die Hochzeit Karl des Kühn mit Margareta von York übertraf das Ganze dann nochmal. 76 Künstler der Anleitung von Hugo van der Roos entwarfen Triumphbögen und Tafelaufsätze, bemalten Fahnen, entwarfen Kostüme. Und hier gibt es eine Skizze, eine Darstellung der Venus auf einem Tafelaufsatz, die sie tatsächlich erhalten hat. Also das ist ein Entwurf für die Hochzeit mit Margareta von York. Margareta von York war die Schwester des englischen Königs, war die dritte Frau von Karl dem Kühn. Und er hat eben da versucht, nachdem die ersten beiden Hochzeiten eher klein ausfielen, das Ganze nochmal zu übertreffen. Wenn wir uns mal die Hofhaltung insgesamt anschauen, auch so die Gebäude. Die großen Paläste können wir heute nur schwer nachsehen. Es gibt ein paar Gebäude aus der Zeit, zum Beispiel das Kruthus in Brügge, das einem burgundlichen Adligen gehörte. Da kann man so ein bisschen die Vorstellung eines Stadtpalais derzeit entwickeln. Das Hospital in Bohnen ist ein Bauwerk aus der Zeit. Da sieht man auch recht schön, wie viel Aufwand getrieben wurde. Und auch Schloss Cluny stammt ungefähr aus der Zeit, wurde natürlich umgebaut. Aber da haben wir so die typische Architektur. Und die Krönungskrone von Margareta von York ist durch einen Zufall erhalten geblieben. Die hat sie nämlich dem Dom in Aachen geschenkt. Und dort liegt sie heute noch in der Domschatzkammer. Und man kann sehen, wie so eine Krone aussah. Es ist lustigerweise die einzige mittelalterliche englische Krone, die sie überhaupt erhalten hat. Und zeigt eben die absolute Prunkentfaltung. Burgund. Und da schauen wir auch noch ein bisschen mehr rein. Die Malerei in Burgund ist natürlich... Also die Kunst generell wurde sehr hoch gehalten. Es gibt eine ganze Menge namhafte Künstler, die burgundliche Hofkünstler waren. Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Hans Memling lustigerweise nicht. Aber eben Hugo van der Roos war dabei. Also die haben wirklich ein großartiges Mäzenatentum. Und dementsprechend blüht auch die Kunst dieser Zeit. Und aus den 76 Künstlern, die bei der Hochzeit waren, entwickelt sich sogar ein Künstlertreffen. Die haben sich fortan jährlich an unterschiedlichen Orten getroffen und haben Austausch gepflegt. Und wenn man da mal reinschaut, also die Kunst der Zeit ist wirklich außergewöhnlich großartig. Und sowas bedingt natürlich entsprechend zahlungskräftige Kunden. Und die findet man in Burgund. Und auch sowas wie hier die Heroldskette des Ordens vom Goldenen Vlies. Der Goldenen Vlies ist der Hausorden, der Herzog von Burgund. Sehr, sehr prächtig. Oder hier lässt sich Karl der Kühne auf einem Reliquiar darstellen. Georg hinter sich, das Reliquiar hat eine interessante Geschichte. Denn es wurde der Kathedrale in Lüttich, ich weiß gar nicht, ob es eine Kathedrale ist, wurde der Stadt Lüttich geschenkt. Und die hatte Karl der Kühne vorher noch sehr brutal strafen lassen für einen Aufstand. Also das ist auch durchaus mit dem Spruch darauf, ich habe es gewagt, nachdem wir die Stadt quasi niederbrennen lassen, schwierig. Im Germanischen Nationalmuseum haben wir zum Beispiel die Uhr von Philipp dem Guten. Wir haben da ganz außergewöhnliche Kunstobjekte in der Zeit. Da kann man wirklich sagen, Burgund ist da sehr, sehr reich beschenkt. Auch die Buchmalerei, also gerade die Buchmalerei, außer vielleicht Frankreich, kann sich eigentlich nichts mit den burgundlichen Produktionsstätten messen. Also die haben eine Qualität, die wir im deutschsprachigen Raum einfach so überhaupt nicht haben. Hier zum Beispiel das Buch vom Liebentbrannten Herzen, ein ganz wundervolles Buch mit großartigen Abbildungen darin. Das Hofzeremonial in Burgund lehnt sich am Französisch an, ist ein sehr, sehr strenges, sehr prunkvolles. Also jeder Höfling ist irgendwie in Posten eingebunden, hat seine Aufgaben. Vor allem sind sie auch ins Militär sehr oft eingebunden. Und gerade an den Bildern sehen wir eben auch die hohe Lebensqualität in der Zeit. In Burgund zumindest bei denen, die es sich leisten konnten. Und Burgund nimmt da schon tatsächlich eine außergewöhnliche Stellung ein, weil es, was Kunstproduktion angeht, eigentlich seine Nachbarn deutlich übertrifft, was eben auch daran liegt, wie wohlhabend das Land war. Karl der Kühne konzentriert sich vor allen Dingen auf Reformen. Er möchte Burgund zu einem modernen Staat ausbauen. Er arbeitet viel an der zivilen und in der militärischen Verwaltung. Er schafft Rechnungskammern für die einzelnen Bereich, für die einzelnen Teilgebiete, lokale Parlamente. Vor allen Dingen drängt er die Macht des Parlaments in Paris zurück. Er schafft es tatsächlich, den französischen König dazu zu zwingen, dass Burgund nicht mehr dem französischen Parlament untersteht. Das vor allen Dingen als Berufungsgericht immer noch die höchste Instanz war. Damit schafft er noch einen weiteren Schritt zur Unabhängigkeit und stattdessen setzt er eben eigene Gerichtshöfe, eigene Parlamente für seine Teilstaaten ein. Er beschneidet aber massiv die Mitbestimmungsrechte der Bürger und des Adels. Also gerade die bürgerlichen Verwaltungen beschneidet er massiv und jeder Versuch, sich dagegen zur Wehr zu setzen, wird wirklich ganz brutal unterdrückt. Er wird auch immer brutaler. Gent kommt dann auch relativ gut bei weg, Lüttich nicht mehr. Und da kommt es auch zu Hinrichtungen. Er gilt ja auch als grausamer Herrscher. Überhaupt ist Karl, was sein Temperament angeht, sehr zwiegespalten. Er gilt als sehr diszipliniert, arbeitet auch sehr viel. Gleichzeitig neigt er zu Wutausbrüchen und wird dann auch oftmals als kaum zurechnungsfähig beschrieben. Das könnte in der Geschichte des Untergangs noch eine Rolle spielen. Aber es ist natürlich heute schwer, so etwas zu sagen. Bei seiner Armee behält er grundsätzlich feudale Strukturen ein. Gleichzeitig wandelt er die ab 1471 so um, dass er nach französischem Vorbild ein stehendes Heer hat. Also die Franzosen am Ende des 100-jährigen Krieges, vor allen Dingen um die Masse an freien Söldnern einzudämmen, stellen ein stehendes Heer auf. Karl der Grünen übernimmt das Ganze und schafft die Ordnanzkompanien. Sein Heer besteht aus 22 Ordnanzkompanien, dazu noch Söldner. Und die Adeligen seines Hofes sind quasi komplett eingebunden in dieses System. Die dienen als Designiers, als Anführer von jeweils zehn Lanzen, also quasi als Offiziere. Und es werden jährlich Ordnanz herausgegeben, die diese Strukturen sehr genau regeln. Das Rückreiterarmee bleibt weiter die ritterliche Lanze. Die besteht aus einem Om de Arme, das kann ein Ritter sein, es kann aber auch ein Reisiger, also ein Nicht-Ritter sein, der die Lanze anführt. Dazu ein Coutillier zu Pferd. Das ist im Prinzip das, was bei uns ein Reisiger wäre. Kein Ritter, aber ähnlich ausgerüstet. Coutillier kommt ursprünglich von einem langen Messer, das er getragen hat. Es wird aber mehr und mehr ein schwergerüsteter Reiter, der allerdings nicht dieselbe Ausrüstung hat, genau wie ein Ritter. Sein Lanze ist zum Beispiel kürzer, deswegen wird auch von Demilans gesprochen. Aber ansonsten ist er sehr ähnlich ausgerüstet. Dazu kommt ein Page zu Pferde, der ist unbesoldet. Drei Schützen zu Pferd, wahrscheinlich meistens Armbrustschützen. In der Literatur ist auch von Bogenschützen die Rede. Das kenne ich aber tatsächlich kaum, ich kenne da in erster Linie Armbrustschützen. Dazu noch drei Mann zu Fuß, ein Büchsenschütze, ein Armbrustschütze und ein Spießer. Man merkt eine extrem starke Konzentration auf Schützen. Dazu eben noch die Kavalerie durch die Berittenen. Man muss allerdings auch sagen, dass ein Schütze nicht unbedingt als Schütze kämpfen muss. Das haben wir spätestens seit den Engländern, seit Aschenkur und so. Ein Schütze kann auch andere Aufgaben übernehmen, der muss nicht zwingend als Schütze eingesetzt werden. Aber wir sehen tatsächlich, Spießer hat er vergleichsweise wenig. Jeweils zehn Lanzen unterstehen, wie gesagt, einem Designier. 100 Lanzen bilden eine Ordinanzkompanie und 1473 gibt es eben 22 Ordinanzkompanien oder 19.800 Mann, zuzüglich Garten und Artillerie, die stets abkömmlich sind. Diese Aufteilung der Lanzen ist eine rein administrative Aufteilung. Im Feld bilden die Omne-Arms und die Custilliers die schwere Kavalerie. Der Rest die Infanterie, wobei teilweise die Berittenen Schützen auch als Berittene Infanterie eingesetzt werden, also als mobile, schnell bewegliche Truppe, die allerdings zu Fuß kämpft. Seine Gegenspieler mehr und mehr werden die Habsburger. Der Dritte gilt ja grundsätzlich als schwach und ist vor allen Dingen auch immer wieder im Osten seines Reiches gebunden. Gegengegner wie Matthias Corvinius halten ihn auf Trab. Er führte einen regelrechten Krieg um Teile des heutigen Österreichs. Sein Bruder Sigmund von Tirol dagegen. Hier kein sehr schmeichelndes Bild von ihm. Auch genannt der Münzreiche. Ist stets in Geldnot und ist gerne bereit, Ländereien zu verpfänden oder zu veräußern. Gleichzeitig macht er aber auch aktiv Politik, um die Expansion Burgunds zu beschneiden. Also Burgund ist von zwei Seiten bedrängt. Der Französische König versucht ihn davon abzuhalten, sich auszudehnen. Also Ludwig XI. ist da immer sehr dabei, die Expansion zu verhindern. Auf der anderen Seite sind es eben die Habsburger. Lustigerweise mit den heutigen Schweizern, mit der alten Eidgenossenschaft, hat er anfangs noch ein sehr gutes Verhältnis. Man kann ja nicht von der Schweiz reden, das funktioniert noch nicht. Wir haben es erstmal zu tun mit den acht alten Orten. Also von der Eidgenossenschaft können wir schon reden, aber es sind eben noch nicht die späteren Kantone, es sind noch weniger. Hier sieht man in Dunkelgrün, Klarus, Schwyz, Unterwalden und Uri. Dazu kommen eben noch die Stadt und Land Zug, Bern und Zürich sowie Luzern. Das sind die acht alten Orte, die bereits eine Verbindung geschlossen haben. Wobei diese Verbindung ist noch bei weitem kein fester Bund. Man denkt ja immer, gerade mit dem Begriff Schweizer, eine enge Verbindung, die gibt es noch gar nicht. Die werden erst jetzt im Laufe dieser Kriege langsam entstehen. Noch ist das ein sehr loser Bund, die aber schon eigene Politik machen. Und nominell gehören die ganzen Kantone und die ganzen Orte noch zum Heiligen Römischen Reich, werden aber mehr und mehr unabhängig. Und eigentlich sind die Habsburger ihre alten Feinde, denn die Schlachten gerade im 14. Jahrhundert ging vor allem gegen die Habsburger. Da gibt es noch eine Menge Streitigkeiten. Wie wenig das Ganze schon ein Verband ist, sieht man in den Jahren 1436 bis 1450. Da führt Zürich den alten Zürichkrieg gegen die restlichen Eidgenossen. Aus dem entsteht beim Friedensschluss allerdings dann ein durchaus festeres Bündnis, als es bisher geworden war. Das ist so der Ausgangspunkt dessen, was wir gleich sehen werden. Die Burgunderkriege werden anfangen, aber hier haben wir so ungefähr umrissen, wie die Aufstellung bisher ist. Das Ziel der burgundischen Politik ist erstens die Verbindung der Territorien. Da ist vor allen Dingen Lothringen im Weg. Wenn sie Lothringen erwerben könnten, dann hätten sie ein verbundenes Territorium. Und die Erringung einer Königskrone. Sie wollen ein eigener souveräner Staat werden. Sie wollen auch nicht nur de facto, sondern auch de jure unabhängig von den Reichen Frankreich und dem Heiligen Römen Reich sein. Schweiz, wie gesagt, ist eher ein Verbündeter. Mit denen haben sie vor allen Dingen im Salzhandel eine sehr wichtige Verbindung. Burgund gilt sogar eine Zeit lang als eine Art Schutzmacht gegen die Habsburger. 1469 ändert sich das Ganze, als im Vertrag von Saint-Homéa, Sigmund von Österreich, um die Kriegsschuld gegenüber den Achtorten der alten Eidsgenossenschaft zahlen zu können, Teil des Oberelsers und des Preisgaus an Karl den Kühnen verpfändet. Dafür verpflichtet sich Karl gleichzeitig, Sigmund gegen die Eidgenossen beizustehen. Also die Eidgenossen werden vor den Kopf gestoßen, denn ihr Verbündeter Karl läuft zu den Habsburgern quasi über. Daraufhin schließen die Eidgenossen einen Neutralitätspakt mit Ludwig dem Elsten von Frankreich ab. Gleichzeitig nähern sich die Habsburger den Eidgenossen wieder an und schließen 1473 mit den eltsässigen Reichsstädten Straßburg und Kolmar und Schletzstadt, der Stadt Basel, die noch nicht zu den Eidgenossen gehören, den Fürstbischofen von Basel und Straßburg die niedrige Vereinigung, ausdrücklich um die burgundliche Expansion zu hintertreiben. Der König von Frankreich, der wiederum mehrfach von Karl dem Kühnen in Auseinandersetzungen geschlagen wird, schließt einen Solltvertrag mit den Achtorten, in denen er ihnen quasi ein stehendes, ein stehenden Sollt gibt, nur dafür, dass sie bereitstehen, ihn notfalls zu unterstützen. Also er gibt jede Menge Geld aus in Söldner, die er gar nicht abruft. Wird sich als sinnvoll erweisen, tatsächlich. Während Karl der Kühne dann in der Stiftsfäde, oder in der Kölner Stiftsfäde engagiert ist und Neuss belagert, dazu gibt es einen ganzen Film, dazu muss ich mich jetzt nicht kurz auslassen, die Geschichte kennt ihr, kommt es zu einem Aufstand gegen den Landvogt, den Karl der Kühne in den von Sigmund verpfändeten Ländern eingesetzt hat. Das ist nämlich Peter von Hagenbach. Der versucht anfangs noch zu reformieren, versucht moderne Strukturen einzufüllen, wird aber in seinen Forderungen und vor allem im Versuch, Geld aus dem Land zu holen, um begündliche Kriegsbemühungen zu unterstützen, immer restriktiver. Lässt Bürger hinrichten, zieht Güter ein, und schließlich wird er durch einen von Bern und anderen Städten gesteuerten Aufstand gestürzt, vor ein Habsburger Gericht gestellt, zeremoniell entrittert und hingerichtet. Also, das Land ist an Karl den Kühnen verpfändet, aber die Habsburger intervenieren da noch und schaffen es tatsächlich, den Landvogt, den Karl den Kühnen eingesetzt hat, hinrichten zu lassen. Natürlich, wie gesagt, vor allem im Habsburger Gericht, denn die haben immer noch die Oberherrschaft, da das Gebiet ist, in dem Heiligen Römischen Reich liegen. Karl wiederum sendet von Neuss aus dem Bruder Peter von Hagenbach, Stefan von Hagenbach, der Teile des Elsass verwüstet. Das wiederum bringt Basel dazu, Truppen zu schicken und die Niedere Vereinigung anzurufen. Dieses Eingreifen der Niedere Vereinigung führt dann letztlich zu dem Burgunderkriegen. Im Oktober 1474 erklärt erst Bern, dann die ganze Niedere Vereinigung Karl dem Kühnen den Krieg. Ein Heer der Niederen Vereinigung, unterstützt von den schwäbischen Städten, insgesamt 18.000 Mann ziehen ins Elsass und um den Sundgau, Teil des Elsass ist, vom Burgund zu trennen, belagern sie die Stadt Arikur. Karl schickt einen Ersatzherr von 12.000 Mann, das aber vernichtend geschlagen wird. Das ist die erste Schlacht der Burgunderkriege, wenn man ein neues Mann rausnimmt, gehört eigentlich auch dazu. Die Schlacht ist auch kein massives Gefecht, sondern ist in einem größeren Tal, besteht aus mehreren weit verteilten Gefechten. Die Burgunder verlieren etwa 3.000 Mann, die Truppen der Niederen Vereinigung nur etwa 400. Gleichzeitig greifen die Eidgenossen, das mit Burgund eng verbündete Herzogtum Savoyen an. Genf zum Beispiel liegt zu der Zeit noch kein Teil der Eidgenossen, ist Teil Savoyens und das gesamte heutige Westschweiz ist im Prinzip Gebiet, das da umkämpft wird. Karl wiederum sieht die Gelegenheit, sein Territorium endgültig zu verbinden und lässt Lothringen besetzen. Gleichzeitig landen 1475 die Engländer in Calais. Durch ein Bündnis gerufen, wollen Karl gegen Ludwig XI. beistehen, da Karl aber gerade erst in Neuss und dann in Lothringen gebunden ist, kann er sich mit ihnen nicht verbünden. Die Engländer schließen ein Bündnis oder schließen einen Vertrag mit dem französischen König und so ist im Prinzip die westliche Flanke von Karl durch diese fehlende Gelegenheit, sich da zu engagieren, vollkommen offen und Frankreich ist handlungsfähig. 1476 zieht Karl damit einem großen Heer gegen Bern, das er als treibende Kraft hinter diesem Bündnis gegen sich sieht. Hat er wahrscheinlich recht. Am 28. Februar nimmt er die Stadt Crançans ein. Hier haben wir eine Abbildung aus den Schweizer Kroningen. Dank der Schweizer Kroningen sind wir mit sehr guten Abbildungen dieser Schlachten ausgestattet, die tatsächlich auch Details zeigen, die realistischer sind als frühere Abbildungen. Also die Zeichner waren zum Teil dabei oder überhaupt die Besitzer dieser Bücher waren zum Teil dabei. Die gehören zu den Patrizien der verschiedenen Städte, die eben in diesen Kriegen waren. Auch die Feldzeichen sieht man hier. Man kann wirklich die einzelnen Feldzeichen der alten Orte sehen. Das Blau-Weiß-Schräge ist zum Beispiel Zürich. Der Stier ist Uri. Also man kann ja wirklich ganz gut sehen, welche Truppenteile da zu sehen sind. Und auf der rechten Seite des Bildes sieht man eben die burgundlichen Truppen, die sich zurückziehen. Das ist ja jetzt die Schlacht, noch nicht die Belagerung. Dazu kommen wir gleich noch. Karl der Kühne nimmt eben am 28. Februar Krancron ein. Die Stadt wurde von Berner und Freiburger Truppen verteidigt und er lässt alle 412 Mann Besatzung hinrichten. Das ist ein Akt, der in der Zeit in Europa eher unüblich ist. Also gerade nach einer Belagerung lässt man oft Gnade walten. Karl der Kühne tut das hier nicht. Wird seinem Ruf auch deutlich schaden. Und am 2. März 1476 kommt es dann zu einer Schlacht. Die Eidgenossen, unterstützt durch die anderen Truppen der niederen Vereinigung, greifen Karl vor Krancron an. Auf der einen Seite haben wir 20.000 Burgünder, auf der anderen Seite 18.000 Eidgenossen oder 18.000 Truppen der niederen Vereinigung, denn da sind auch eben die Verbündeten dabei. Vor allem die Habsburger stellen die Kavallerie. Die Schweizer hat traditionell wenig Kavallerie, wenig Berittene. Die Habsburger schicken da Ritter und Truppen. Die Schweizer kämpfen im Gewalthaufen. Das ist auf ihrer Seite schon eine übliche Taktik. Die Gegner oder im restlichen Europa ist das noch wenig in Gebrauch. Der Gewalthaufen bleibt zuerst defensiv. Man wartet ab, denn die Eidgenossen wissen, es ist noch ein Satz unterwegs. Die Burgünder sind der Meinung, sie hätten es bereits mit dem Hauptheer zu tun. Und Karl lässt die burgündlichen Reiter gegen den Gewalthaufen anrennen. Die allerdings schon mit Piken, oder zumindest Teile sind mit Piken ausgerüstet, können daher diesen Berittene Angriff gut zurückschlagen. Auch eine Pikes, wir haben schon mehrere Schlachten, in denen Piken verwendet wurde, aber so massiert ist das auch eine relativ neue Angelegenheit. Als Reaktion versucht Karl dann, seine Truppen neu zu formieren, um einen Angriff der Schweizer zu provozieren. Er will sie aufs offene Gelände locken, um die Artillerie besser einsetzen zu können, die gegen den Gewalthaufen erst mal nicht so effektiv ist, wie sie sein könnte. In Karls Armee ist ein gewaltiger Fuhrpark an Artillerie. Es ist die Rede von etwa 400 Geschützen, das wissen wir relativ gut, eben durch die Burgunderbeute später. Die hat er auch schon bei Neuss dabei gehabt, auch da hat sie nicht ganz den Nutzen gehabt, den er sich erhofft hat. Hier passiert es dann eben, dass mitten in der Umformung des burgundischen Heeres der Entsatz der niederen Vereinigung auftaucht. Die Truppen gehen dann in drei Gewalthaufen direkt zum Angriff über. Die Burgunder erleiden gar keine so großen Verluste, ziehen sich aber vom Schlachtfeld zurück, beziehungsweise es endet in der heillosen Flucht. Der Mangel an Reiterei hindert die Schweizer dann tatsächlich, den Burgunder nachzusetzen. Also normalerweise hätte das eine vernichtende Niederlage werden müssen, wird es aber nicht. Sie wird aber deswegen bekannt, weil bei der Plünderung des burgundischen Lagers werden enorme Schätze sichergestellt. Also wie gesagt, am Sonntag gibt es einen Film dazu, da wird die Burgunderbeute eine ganz wichtige Rolle spielen. Für die Schweizer sind das kaum geahnte Reichtümer, die da in ihre Hände fallen. Auch das ist ein Grund, warum sie dem burgundischen Heer nicht hinterhersetzen. Karl kann sich also zurückziehen mit einem leicht geschlagenen Heer. Also die Verlustzahlen werden so um die 1.000, maximal 3.000 Mann geschätzt. Also generell werden sie eher gering geschätzt. Und er schafft es auch relativ schnell, sich wieder zu sammeln. Die Eidgenossen, also die anderen alten Orte, versagen Bern jede Unterstützung bei offensiven Zügen. Die Berner wollten das Wart besetzen, heutzutage ein Teil der Schweiz, damals eben ein Teil Savoyens. Und die Eidgenossen sagen, nee, das ist nicht Teil unserer Abmachung. Wir stehen euch rein defensiv bei. Die Gelegenheit kann Karl nützen. Und 1476 zieht er mit einem neu aufgestellten Heer von über 22.000 Mann abermals gegen Bern. Diesmal eigentlich auf einer südlichen Route über Murten. Murten ist eine kleine Stadt am See gelegen, wurde von den Bernern wohlweislich ausgestattet, zum Beispiel mit besagten etwa 400 Geschützen aus der Burgunderbeute, die man in Croissant erworben hat. Die werden dort aufgestellt und befähigt wird das Ganze von einem Berner Patrizia, Adrian von Bubenberg. Und ich war gerade in Bern und da sieht man auf dem Bubenbergplatz diese Statue, also gewisse künstlerische Freiheit bei der Rüstung haben sie sich gelassen, aber dem wird immer noch als Verteidiger von Murten in Bern gedacht. Also tatsächlich eine Figur, die bis heute noch in der Wahrnehmung ist. Und in der Schweiz ist den meisten auch tatsächlich diese Schlachten, über die wir gerade reden. Die sind geläufig. Also das sind Sachen, die bei uns relativ unbekannt sind. Für die Schweizer ist das ein ganz wichtiger Teil ihrer Geschichte. Da beginnt, also natürlich gibt es auch so Schlachten wie Morgarten und Sembach, der Kampf gegen die Habsburger, die für die Identität wichtig sind. Aber gerade die Burgunderkriege spielen auch eine ganz wichtige Rolle, weil daraus eben dann ein neues Gemeinschaftsgefühl kommen wird. In der Nähe von Murten in Freiburg stehen weitere tausend Züricher unter dem Kommando von Hans Waldmann. Der wird später auch Züricher Bürgermeister. Wird dann am Ende angeklagt, Misswirtschaft betrieben zu haben. Am Ende wird er hingerichtet, aber in den Burgunderkriegen spielt er eine ganz wichtige Rolle. Karl muss Murten erobern. Er könnte es zwar ignorierend vorbeiziehen, aber hat er insgesamt etwa 2.000 bis 3.000 Mann, wenn man alles zusammen zählt, in seinem Rücken. Das will er nicht. Also zieht er einen Belagerungsring um Murten. Die Besatzung von Murten weiß allerdings dank Raison, was ihnen blüht, wenn sie sich ergeben. Und so halten sie vom 9. bis zum 22. Juni stand. Nicht ganz so lange wie Neuss, ist aber auch nicht vergleichbar. Karl lässt wohlweislich sein Lager in Richtung Bern schwer befestigen. Er lässt aber auch Vorhuten auf Berner Gebiet vorrücken, was letztlich ein Fehler ist, denn das wiederum bedeutet den Bündnisfall für die alten Orte, für die Eidgenossen. Und so kommen dann auch die Truppen der Eidgenossen Bern zu Hilfe. Zürich lässt in einem legendären Gewaltmarsch ein Aufgebot von fast 1.000 Mann in drei Tagen 150 Kilometer nach Freiburg marschieren. Außerdem kommt Lothringer-Entsatz. Also wie gesagt, Karl der Kühne hat ja Lothringen besetzen lassen. René II., der Herze von Lothringen, ist damit auch verbündet mit den Niederen Vereinigungen. Er schickt eben Reiterei. Und die Niedere Vereinigung schickt ebenfalls Truppen, sodass am Ende am 22. Juni ein Heer von 22.000 bis 24.000 Mann bereitsteht. Die Verbündeten marschieren abermals im Gewalthaufen. Hier haben wir eine Darstellung aus den Schweizer Chroniken. Im Vordergrund seht ihr eben das verfestigte Murten. Im Hintergrund eben die Verbündeten Armeen. Also ich benutze absichtlich nie, das merkt ihr vielleicht den Begriff Schweizer nicht, denn der ist hier noch nicht wirklich angebracht. Wir können noch nicht wirklich von der Schweiz reden. Es sind die Eidgenossen, aber noch nicht die Eidgenossen, an die wir später denken. Aber bei all diesen Schlachten sind eben auch immer andere Truppen dabei. Die Habsburger sind sehr, sehr wichtig. Gerade was die Reiterei angeht. Also der alte Feind ist jetzt hier ein Verbündeter. Die Lothringer sind wichtig, aber auch zum Beispiel schwäbische Städte oder Städte wie Basel, die erst später zu den Eidgenossen kommen werden, spielen hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vor der Schlacht wird noch gebetet. Es werden noch Ritter geschlagen, was tatsächlich einige Anwesende sehr verärgert, da Zeit vergeht. So sehr verärgert, dass später einige, die zum Ritter geschlagen diesen Titel gar nicht beanspruchen. Und es ist tatsächlich so, dass die Turmuhr von Murten zur zwölften Stunde schlägt, als die Schlacht eröffnet wird. Eine als Grünhak bezeichnete vorgeschobene Befestigung der Burgunder in Richtung Bern leistet heftigen Widerstand, wobei das Feuer offenbar zu hoch gesetzt wird und die Verbündeten relativ wenig Verluste erleiden. Es dauert trotzdem, bis diese Befestigung erstürmt werden kann. Und insgesamt ist diese ganze Schlacht von Murten weniger eine offene Feldschlacht, als vielmehr ein Sturm auf die Stellung der Burgunder, die zum Teil gut befestigt sind, teilweise aber sich aber als unzureichend erweisen. Und die Burgundische Armee, die ist in drei Chors aufgeteilt gewesen. Das zweite Chor wird nach und nach überrannt und Karl der Kühne entschließt sich schließlich, sich mit dem ersten und dritten Chor zurückzuziehen. Auch hier ist die Schlacht nicht so vernichtend, wie sie sein könnte. Auch da können die Verbündeten nur schwer nachsetzen. Die Schlacht von Murten ist aber so der Ausgangspunkt für den legendären Ruf der Schweizer als Söldner. Ab dem Zeitpunkt gibt es kaum eine Schlacht auf dem europäischen Kontinent, wo nicht irgendwie Schweizer involviert sind. So hat es so, die Schweizer Garde im Vatikan ist nur eine von vielen Schweizer Garden, die es mal gegeben hat. Also Herrscher starten sich mit Schweizer Gardisten aus. Im Vatikan hat sie eben überstanden, aber das war eine durchaus übliche Angelegenheit und da ist Murten eben tatsächlich noch eigentlich wichtiger als die Schlachten wie Morgarten oder Sembach. Karl der Kühne hat auch das erste Mal genug vom Krieg gegen die Eid genossen. Der zieht sich erst mal nach Burgund zurück, zieht aber im Herbst 1476 schon wieder gegen Lothring. Zu dem Zeitpunkt steht er im Prinzip seit zwei Jahren im Feld. Er hat vor neuestem Jahr verbracht, er ist kaum noch zu Hause, mit seiner Frau hat er quasi gar keinen Umgang mehr. Dementsprechend schafft er es auch nicht, sich um seine Erbfolge zu kümmern. Er hat eine einzige Tochter, Maria von Burgund. Ein Thronfolger ist fern und auch seine Bemühungen eine Königskrone zu kriegen. Er hat sich um die deutsche Königskrone zum Beispiel bemüht, hat es aber geschafft, sowohl den Kaiser als auch die Kurfürsten gegen sich aufzubringen. Und all das stockt jetzt erst mal. Und trotzdem versucht er im Herbst 1476 nochmal einen Krieg gegen Lothringen. Trotz Wintereinbruch belagert er die lothringische Hauptstadt Nancy und René II., Herzog von Lothringen, ruft abermals die Niedere Vereinigung zu Hilfe, die auch ein Herr schickt. Der Oberbefehl wird nicht an René II. gegeben, sondern der Rat der Hauptleute, der sehr wichtig ist bei den Truppen der Niederen Vereinigung, gibt es ein Wilhelm Hertler von Herteneck, einem Ritter und Feldhauptmann im württembergischen Diensten. Der hat schon bei Croissant und Murten gekämpft und war maßgeblich an der Führung der Truppen der Niederen Vereinigung in den Schlachten beteiligt und an denen wird der Oberbefehl gegeben. Die Schlacht von Nancy findet in dichtem Schneetreiben statt, aber es gelingt Hertha eine Anhöhe auf der Flanke der Burgunder zu besetzen und von daraus einen Sturmangriff zu führen, so heftig, dass die burgundischen Truppen gegen das Ufer des Flusses Morte gedrückt wird. Hier haben wir eine große Abbildung der Schlacht von Nancy und unten in der rechten unteren Bildecke sieht man eben, wie die burgundischen Truppen in den Fluss getrieben werden. Hier sieht man das Schneetreiben nicht, ist alles schön grün, aber die ertrinkenden Burgunder kann man gut sehen. Insgesamt ist die Schlacht mit etwa 5000 Toten auf der Seite der Burgunder die Verlustreichste der Burgunderkriege. Die überlebenden Burgunder werden noch bis vor die Tore der Stadt Metz getrieben, das ist tatsächlich ein ganzes Stück weit weg, also nicht so die direkte Nachbarschaft und in den Wirren der Schlacht findet Karl der Kühne dann den Tod. Er wird erst Tage später nackt und verstümmelt unweit der Schlacht gefunden. Man muss ihn identifizieren, einen hellen Badenschlag hat ihm in den Schädel gespalten und damit verliert Karl der Kühne tatsächlich eigentlich verliert er alles und es gibt diesen Spruch bei Croissant verliert er sein Gut, bei Murten verliert er sein Mut und bei Nancy verliert er sein Blut. Innerhalb von drei Schlachten, die alle sehr sehr suboptimal ausgegangen sind, wird die modernste Armee Europas geschlagen, immer wieder auch mit relativ geringem Verlust der Gegner. Diese niedere Vereinigung ist tatsächlich für ihn ein Gegner gegen den er nicht ankommt und die Habsburger spielen eine ganz spannende Doppelrolle, denn bei Neuss hat Friedrich der Dritte mit seinem Reichsaufgebot Karl in die Schranken gewiesen, hat aber gleichzeitig die Ehe schließend zwischen Maria von Burgund und Maximilian in die Wege geleitet. Also eigentlich sollte man denken, die sind jetzt gut miteinander, die sind Verbündete, gleichzeitig ist Habsburg Teil der sehr niedrigen Vereinigung, die immer wieder gegen Karl den Grünen vorgeht und wenn man Friedrich der Dritten eben als untätigen Herrscher sieht, hier macht er ein ziemlich gewagtes oder eigentlich auch ziemlich kluges Doppelspiel, er ist auf beiden Seiten der Gewinner, wenn Karl der Kühne gewinnt, dann ist sein Sohn immer noch der Thronfolger, solange er keinen eigenen Thronfolger bekommt, gewinnt die niedere Vereinigung, kann er eben auch alles gewinnen und genau so ist es auch. Burgund als massiver Start ist damit quasi erloschen und es kommt zum burgundlichen Erbe. Maria von Burgund beansprucht das Erbe, gleichzeitig sieht Ludwig XI. jetzt natürlich seine große Zeit gekommen, nimmt erstmal etliche Ländereien, die zu Burgund gehören, zurück, da sie als Lehn nach französischem Recht, nach seiner Argumentation zumindest, nicht in der weiblichen Linie vererbt werden können, sieht es also als heimgefallenes Lehn, unter anderem das Herzogtum Burgund selbst, aber auch die Freikraftschaft Burgund, die gar nicht zu Frankreich gehört, die ist auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches. Damit gerät er natürlich auch in einen Konflikt mit Friedrich III. Und er lässt auch weitere Gebiete besetzen und Maria ruft Maximilian ihren Verlobten zu Hilfe. Sie bittet ihn zu kommen, das Problem ist, Maximilian hat kein Geld, überhaupt nicht, er hat große Schulden und vor seiner Abreise wird er erstmal nicht ziehen gelassen, bevor er seine Schulden beglichen hat, wird er dann doch mit Geld ausgestattet, kommt damit gerade mal bis Köln, wo ihm dann allerdings die Ehefrau von Köln im Kühen Margareta von Jörg zu Hilfe kommt. Die ist mit der Zeit eine enge Freundin Marias geworden, also zwischen Margareta von Jörg, im Prinzip der Stiefmutter und Maria von Burgund liegen gerade mal elf Jahre, die beiden freuen sich trotzdem an und Margareta von Jörg schickt Maximilian aus eigener Schatulle Geld, damit er weiterreisen kann. Die Ehe zwischen Maria und Maximilian wird erstmal pro Forma durch einen Abgesandten geschlossen, bis sie dann auch tatsächlich in Person geschlossen werden kann und im Prinzip gehen die Burgunder Kriege direkt in den Burgundischen Erbfolgekrieg über. Das ist eine ziemlich lange Angelegenheit, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, immer wieder Schlachten, Maximilian kann sich teils behaupten, teils wird er wieder eben durch seine finanziellen, seine prekäre finanzielle Situation gehindert, vor allen Dingen die Burgundischen und vor allem mehr die flämischen Städte sehen ihre Chance gekommen, begehren auch auf, werden dadurch natürlich wieder von Ludwig XI. unterstützt, der seine Agenten schickt und das Ganze ist eine durchaus verbrochene Angelegenheit zwischen den Teilen oder den Teilen der Burgundischen Erblande, die eben aufbegehren zwischen Frankreich, die Ländereien besetzt haben. Aber am Ende kommt es eben überraschend, dass Maximilian von der Schlacht bei Ginegat gewinnt, wobei das das größere Heer unter Maximilian erleidet mehr Verluste, kann aber trotzdem die Franzosen, die ein kleineres Heer und weniger Verluste hatten, in die zurückdrängen. Vor allen Dingen haben wir es in dieser Schlacht zum allerersten Mal mit einem neuen Typ Kriegsknechte zu tun. Sie werden dazu noch nicht so genannt, aber es sind Landsknechte. Man hat sich an den erfolgreichen Kämpfen der Burgunderkriege orientiert, die Eidgenossen zum Vorbild genommen, ihre Art zu kämpfen, der Gewalthaufen kopiert man und Maximilian stellt sich in dieser Schlacht mit dem Spieß in der Hand in die Reihe seiner Landsknechte. Danach hat er den Beinamen Vater der Landsknechte, soll eben ein sehr enges Verhältnis zu seinen oder ein Softspot für seine Landsknechte gehabt haben, aber diese Schlacht gewinnt er tatsächlich und gegen jede Wahrscheinlichkeit kann er die burgundigen Erblande zumindest im Großen und Ganzen halten. Er muss Zugeständnisse machen, nicht er wird Herrscher über die burgundigen Erblande, sondern eben Maria von Burgund, beziehungsweise nach ihrem frühen Tod durch einen Sturz vom Pferd der gemeinsame Sohn Philipp der Schöne, der dann später König von Spanien werden wird. Er wird verheiratet mit der Tochter des spanischen Königs Isabella. Kleister ist in Doppelhochzeit, seine Schwester wird verheiratet mit dem späteren König von Spanien, der stirbt aber und so fällt das Ganze dann an Isabella, die später als Isabella die Wahnsinnige bekannt werden wird. Allerdings die spanischen Landstände, die spanischen Adligen wollen tatsächlich lieber Philipp sehen und so wird Philipp tatsächlich der erste Habsburger auf einem spanischen Thron. Später wird sein Sohn Karl V., der auch teilweise Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ist, der Begründer der Habsburger Linie in Spanien und Herrscher Gesamtspaniens. Das Spannende in der ganzen Geschichte des Burgunderkrieges ist so eine Abwärtsspirale. Karl ist, oder Karl der Kühne ist durchaus ein Workaholic, der sich überall versucht einzubringen, sein Land bis ins letzte Detail durchzuregieren. Also wir haben bei Karl dem Kühne schon durchaus Ansätze späterer absolutistischer Herrschaft. Er versucht wirklich alles auf seine Macht zu konzentrieren. Auch sein Hof als Zentrum ist schon so ein Vorgeschmack auf den Absolutismus. Also so gesehen ist er ein absolut moderner Herrscher. Auch in den, in den, in den, er modernisiert sein Land eben auch, sowohl die Armee als auch die Verwaltung, egal wo, er versucht wirklich am Puls der Zeit zu sein und gleichzeitig wie ein Getriebener zieht er von Krieg zu Krieg. Also er, anstatt zu versuchen, sich irgendwie auszusöhnen, wenn er irgendwo meint, eine, eine Schmach oder eine Beleidigung zu sehen, dann fährt er sofort rein, sammelt seine Truppen, zieht los. Auch so Belagen von Neuss. Was hat er davon letztlich? Es ist die Kölner Stiftsfäde. Es wäre, also der Preis, den er dabei gewinnen konnte, war ein relativ kleiner. Genauso Bern. Es wäre vielleicht möglich gewesen, sich mit Bern irgendwie zu einigen, anstatt sich da zum Ziel dieser niederen Vereinigung, die durchaus mächtig ist, zu machen. Und trotzdem zieht er wieder und wieder insgesamt in vier Schlachten, wenn man Neuss mitzählt, die alle nicht gut führen, ausgehen. Und er kommt auch jedes Mal mit seinem großen Atelierpark, er bringt seinen gesamten Hofstaat mit, also er reist mit einem wahnsinnigen Prunk. Vor Neuss ist sein Haushalt in drei Schiffe geladen, vor François wird sein ganzer Haushalt erbeutet, wie gesagt, die Burgunderbeute, darüber sprechen wir noch. Was treibt ihn dazu, da immer wieder konvert reinzuschlagen, immer wieder in einem großen Heer und jedes Mal wieder geschlagen zu werden, vor allem nicht mal in einer großen Feldschlacht. Wir haben es ja nicht wie im hundertjährigen Krieg mit den großen Feldschlachten zu tun, die eine Entscheidung herbeibringen, sondern seine Truppen werden mit relativ wenig Verlusten auf Seite seiner Gegner in die Flucht geschlagen. Er schafft es, immer wieder sie zu sammeln, bis er dann eben bei Nancy selbst den Tod findet und relativ plötzlich der Traum vom Burgunderreich, von einem Königreich Burgund zwischen Frankreich und dem Heiligen Rübiger Reich ausgeträumt ist. Wie gesagt, das Herzogtum geht nicht komplett unter. Philipp der Schöne trägt den Titel eines Herzogs von Burgund und nachdem eben die Habsburger Lande zwischen den Habsburgern, also Karl dem König auf der einen Seite und seinem Bruder aufgeteilt werden, fallen die Niederlande, fallen die ganzen Burgundigen Lande, die nicht an Frankreich zurückgefallen sind, an Spanien. Das ist der Grund, warum wir später dann den 80-jährigen Krieg zwischen Spanien und Niederlanden haben werden, weil die sich eben unter spanischer Oberherrschaft befinden und das nicht so richtig zur Zufriedenheit der Niederländer läuft. Hier haben wir eben die Entstehung eines Habsburger Weltreiches, statt des Reiches, von dem Karl der König geträumt hat. Und eben auch seine Charakterisierung ist spannend. Er gilt eben als gebildet, er gilt als diszipliniert, aber eben immer wieder als aufbrausend, gleichzeitig auch als geradezu den Vergnügen nicht zugetan. Also selbst bei seinen Hochzeitsfeierlichkeiten, die Hochzeitsfeierlichkeiten mit Margareta von York dauern neun Tage lang und er geht relativ früh zu Bett, feiert nicht so wahnsinnig. Die Ehe scheint auch nicht vollzogen worden zu sein an der Stelle, denn es gibt da gar keinen Kontakt zwischen den beiden, bei denen was möglich gewesen wäre. Er ist tatsächlich eine merkwürdige Figur. Sehr, sehr komisch. Das war jetzt so ein Abriss über die Burgunderkriege. Ein paar Schlachten, die tatsächlich gar nicht so wahnsinnig bekannt sind, jedenfalls bei uns nicht. In Schweiz kennt sie jeder. Gerade so die Schlacht von Croissant, Murten und Nancy sollte man so ein bisschen kennen, weil man sich in 50. Jahrhundert und dem Burgund-Eidgenossen Habsburger so ein bisschen bewegt. Das sind ganz wichtige Schlachten. Aber letztlich soll das dieser Teil auch den Rahmen bilden für den nächsten Teil. Der kommt am Sonntag raus. Ich war in mehreren Schweizer Museen. Ich habe mir angeschaut, was ist heute von dieser legendären Burgunderbeute noch übrig? Was wurde überhaupt alles erbeutet? Von welcher Pracht reden wir da? Und was hat das auch mit dem Selbstverständnis der Schweizer gemacht? Denn die Burgunderbeute ist heute in der Schweiz immer noch im kulturellen Gedächtnis verankert. Die kennen die, die können da was anfangen. Und wie gesagt, wir schauen mal, was gibt es davon noch? Welche Museen sind da in der Schweiz empfehlenswert, wenn man sich selber angucken will? So soll man hinfahren. Ein paar Kuratoren haben es ja echt zeitförmig genommen, haben mir schöne Dinge gezeigt. Also das werden wir, da freue ich mich schon am Sonntag drauf, diese Tour in der Schweiz ein bisschen aufzuarbeiten und euch was über die Burgunderbeute zu erzählen. Ich denke auch ansonsten werden wir auf dieses Video immer wieder zurückkommen. Neues habe ich ja auch schon was erzählt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das Video an. Da gehe ich auf eine Belagerung ganz detailliert ein. Hier habe ich die Kämpfe deutlich weniger detailliert beschrieben, habe aber versucht ein bisschen Bildmaterial dazu zu geben. Ja, das war das Video über die Burgunderkriege. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, ihr schaltet beim zweiten Video über die Burgunderbeute wieder ein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.